Da gibt es Justice. Justice ist toll, da kommt von jedem Item eins. So. Justice ist eine schöne Karte. Im Übrigen natürlich, dass das Herz da nicht wirklich viel. Oh, ein Gehirn. Super. Komm, stirb Gehirn. Geh drauf. Geh drauf. Da kommen nochmal zwei kleine Gehirne raus. Zack. Auch das eigentlich eher... Das ist mies, wenn man das... Da weiß man nämlich nicht so genau, wo die lang gehen. Aber wenn man genau in der Mitte bleibt, scheint es völlig unproblematisch zu sein. Also wenn die Räume sehr verwinkelt sind, ist das natürlich fies mit diesen Dingern, die immer die Wand lang gehen. Geheimraum? Ja. Ah, Geheimraum. Und da gibt es 99 Bomben schon wieder. Na gut. Wir nehmen dann demnächst auch wieder die Geheimräume mit. Zumindest sieht es danach aus. Was haben wir hier? Hier haben wir ein weißes Herz. Oh, fein. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, wie das genau funktionierte. Ich gehe erstmal weiter. Ich nehme das nämlich erstmal nicht mit. Wenn ich den Boss aber schaffe, dann kann ich das blaue Herz... Äh, das weiße Herz nehmen. Bevor ich runtergehe. Und wenn ich dann runtergehe, dann wird das zu einem Herzcontainer oder so. So habe ich das jedenfalls verstanden. Dass das so funktioniert. Die Frage ist, was ist das für ein Boss? Aber gut. Wir gehen jetzt erstmal hier nochmal außenrum. Und da hinten sind ja noch ein paar Räume. Ich hoffe ja immer noch, dass da irgendwas Tolles passiert und wir vielleicht noch einen Herzcontainer kriegen. Und Moment. Gehen wir nochmal hier rein. Was ist da? Hier kann man Trinkets, glaube ich, kriegen, ne? An diesen Automaten. Zum Beispiel das. Den Matchstick. Ich weiß nicht, was er tut. Ich weiß von keinem Trinket, was er tut. Aber ich werde euch alle in die Luft jagen hier. Einfach, weil ich es kann. Mehr Münzen. Juhu. Brauche ich nur leider nicht. Aber ist halt nicht so schlimm. So. Und dann. Ich überlege gerade, ob die Tiefen 2 war, aber nicht vom Mom kommt, oder? Das wäre jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich... Ich habe ein bisschen Angst vor Mom gerade. mit meinem wenigen Maximalleben und vor allem mit meinem sauwenigen Schaden, den ich habe. Ich habe ja quasi überhaupt keinen Schaden. Aua. Scheiße, ey. So nicht. Ach komm, ich nehme die Truhe mit. Ich habe genug Schlüsse. Noch mehr Bomben. Ja, genau. Ich habe ja noch nicht genug. Oh, das ist ja ein feiner Raum hier. Ganz toll. Hilfe. So. Und so. Ja. Komische spuckende Viecher, die mir fliegen, auf den Hals hetzen. Sterbt. Na gut, die sind ja... Im Prinzip sind die ja... Oh. Die Bohne. Die Bohne habe ich, glaube ich, freigeschaltet, weil ich so viele Häufchen kaputt gemacht habe. Oder so, ne? Und das ist jetzt ein neues Item auch, das ich finden kann. Gehen wir nochmal Gehirn. Aber die Gehirne sind ja auch nicht so schlimm. Damit kann ich eigentlich leben. Okay, die kleinen Gehirne sind widerlich. Aber da ich die ja relativ schnell töten kann, nachdem sie rauskommen, gehen die auch. Gut. Hier haben wir dann noch einmal Chubby. Das ist ja super. Ich wüsste gerne, wofür mein Trinket da ist. Also dieser Matchstick. Ich habe leider keine Ahnung, wofür der gut ist. Stierk, Chub. Stierk. Äh. Nein. Nein. Huuu. 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 Lauf ich auch noch parallel zu ihm mit. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, noch eine Bombe. Geht das? Tatsächlich. Das bringt mir nichts, aber es geht. Ist ja auch super. Huuu. Warum mache ich denn sowas? Das war auch ziemlich dernig. Und mir fällt gerade auf, ich hatte tatsächlich auch noch nicht den Itemraum in dieser Ebene. Das ist natürlich praktisch, dass ich wirklich auch noch weitergegangen bin. Ich war nämlich schon kurz davor, einfach zum Boss zu gehen, weil ich so gespannt bin auf das weiße Herz und meine neuen Leben und überhaupt. Egal. Erstmal rein hier. Ähm. Das sieht nach Holy Water aus. Ich weiß nicht, was es ist. Don't spill it. Ähm. Und jetzt? Was macht denn das? Hallo? Was macht das Holy Water? Ich habe ein Holy Water. Okay. Von mir aus. Dann haben wir halt ein Holy Water. Vielleicht erfahren wir es ja noch. Ich hätte jetzt zum Beispiel erwarten können, dass es auch ein Leben ist, aber da oben steht immer noch mal neun. Die Sache ist, ich glaube, es kann auch nicht mehr als mal neun da stehen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das programmiertechnisch umgesetzt wurde. Ich glaube aber tatsächlich, dass neun da das Maximale ist, was da angezeigt werden kann. Sprich, selbst wenn ich jetzt zehn hätte, würde das da nicht stehen. Man kann das. Ich glaube, man kann mehr kriegen. Man kann zumindest mehr Herzen kriegen, als da oben Platz für ist. Dann sind die quasi so dahinter angezeigt oder sowas. Weiß ich irgendwie so in der Art. Das geht. Aber was jetzt genau mit dem Leben ist, ich habe keine Ahnung. Egal. Auf geht's zum Boss. Ich werde das weiße Herz natürlich erstmal nicht mitnehmen und hoffen, dass ich den Boss so schaffe. Ich habe ja neun Versuche. Und dann könnte ich vielleicht noch einen Herzcontainer kriegen. Und ja, es ist tatsächlich schon warm. Das ist nicht gut. Ich nehme jetzt erstmal den Hankman. Kann ich nämlich fliegen. Hier über die Steine zum Beispiel. Ich muss hier so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gekillt werde. So ungefähr. Shit. Was war das denn? Warum ist da so ein... Ach, das ist das Holy Water. Was? Ich wurde getroffen, dann ist das Holy Water kaputt gegangen. Und deswegen ist da jetzt so ein Ding. Na gut. Okay. Ich muss nicht aufpassen auf den Fuß. Ich habe nicht so viel Leben. Ich kann mir noch einen Treffer leisten im Prinzip. Ich nehme mal irgendwelche Bomben und hoffe, dass ich sie vielleicht ermögliche. Nein! Verdammt. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich überlege jetzt, ob ich einfach mal die Pfote benutze und gucke, was passiert. Ich fände es persönlich interessant. Weiß nicht, ob ihr auch. Aber es geht tatsächlich. Es funktioniert tatsächlich. Ich kann mein eines letztes Herz wegmachen. Jetzt habe ich achtmal... Also ich hoffe, dass ich jetzt achtmal Leben habe mit den Dingen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt nochmal sterbe. Es kann sein, dass wir es dann verkackt haben. Aber ich habe jetzt zumindest drei Dings noch. Das ist schon mal ganz praktisch. Denkend. Wie blöd bin ich eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Ich da so komisch von dem... Warum lasse ich mich so kacke von dem Fuß treffen im Moment? Das ist ja schlimm. Ja, toll. Ich glaube, das können wir schon wieder ganz, ganz fies knicken. Ja, aber dann sehen wir wenigstens, was passiert mit dem... Mit dem Leben und dem... Ja, dankeschön. Tatsächlich. Ich kriege jetzt wieder ein Leben und kann jetzt das Ding nochmal benutzen und habe dann drei HP jeweils. Das ist natürlich nicht schlecht erstmal. Habe ich ganz viele Versuche für Marmen. Das ist ja... Ey, die hat irgendwie einen höheren Radius gekriegt, glaube ich. Das ist mir doch sonst nie so krass passiert. Muss ja im Prinzip muss ich da einfach in Bewegung bleiben, glaube ich. Dann passiert mir da nichts. Früher bin ich halt immer erst ausgewichen, als der Schatten kam. Aber das habe ich das Gefühl, das reicht nicht mehr so richtig. Lassen wir auch noch von den Gegnern treffen. Das ist ja super. Aua. Schick. So sollte man... Ich habe ja das Anfangseingangs mal erwähnt. Man sollte nicht zu nah an den Dings stehen, sonst wird man getroffen von ihrer Hand. So ungefähr. Jetzt gerade habe ich ganz, ganz böse Probleme. Hilfe. Ja, ich dachte schon, dass sowas passiert. Ich spiele echt schlecht. Es tut mir leid gerade, dass das hier so ein Kampf ist. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber gut, wir müssen das jetzt irgendwie mal hinter uns bringen. Wir haben da noch sechs Versuche. Das muss doch irgendwie mal klappen hiermit. Auch wenn es nur drei Herzen sind und es relativ wenig schaden. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was mich hier gerade so... So extrem... Was mir hier so extrem Versuche kostet. Ich muss hier... Ich glaube, ich bleibe jetzt genau hier stehen. Dann schieße ich da die ganze... Die kommt auch mit ihrer Hand die ganze Zeit da raus. Ich muss nur aufpassen, wenn vielleicht der Fuß kommt. Dann muss ich natürlich ganz fix hier weg. Aber ich habe das Gefühl, der Fuß kommt nicht. Ähm... Mom? Alles klar bei dir? Willst du nicht vielleicht nochmal hier mit dem Fuß versuchen? Oder nicht? Dann... Okay, ich bleibe hier stehen. Mir ist es doch egal. Ich glaube, das ist... Ist das ein Exploit? Ich glaube schon. Eigentlich macht man sowas nicht. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass mein LP langweilig wird. Also mache ich das jetzt einfach. Damit wir mal ein bisschen weiterkommen. Beziehungsweise ich habe ja auch nicht... Ich habe ja nicht davon gelesen. Das habe ich jetzt quasi selber für mich rausgefunden. Und ich glaube, wir haben etwas ziemlich Dämliches gemacht. Indem wir das Herz nicht mitgenommen haben. Ich komme hier nicht wieder raus. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Okay. Miet. Tiers ab. HP ab. Immerhin. Wir haben jetzt noch ein Leben mehr. Wieder ein permanentes Leben. Wobei ich das ja... Also ich habe das Gefühl, die Katze zusammen mit dem... Mit dem... Mit dem komischen Pore da. Das ist echt eine gute Kombo eigentlich. Also... Nicht schlecht. Hätte ich ja nicht erwartet. Jetzt sind wir hier übrigens... Hier die nächste Stufe. Das ist der Utero. Okay. Also ich bin jetzt quasi... Ja... In Mom drin oder so. Irgendwie so in der Art. Soll das glaube ich sein. Ja. Und ich sehe gerade, ich habe das Holy Water wieder. Das heißt, ich habe jetzt... Für jeden Raum, wenn ich getroffen werde, kann ich da... Lege ich da so ein komisches Dings hin. Und da kriegen die Gegner Schaden. Und das ist ja auch nicht schlecht. Eigentlich. Das Problem ist... Hier wird es dann auch richtig widerlich. Erstens werden die Gegner schlimmer. Wie man das hier auch schon sieht. Diese komischen Viecher da. Die sind echt nicht schön. Und zweitens... Macht hier alles mehr Schaden. Hier macht nämlich alles... Einen kompletten Schaden. Statt nur einen halben. Wie außerhalb. Das ist schon echt fies. So, was haben wir da? Der Turm. Den Turm möchte ich eigentlich nicht nochmal benutzen. Ich erinnere mich an letztes Mal, was da passiert ist. Hier sind so ein paar Vierne. Die sind kein Problem. Aber der Isaac, der da hinten steht. Der ist ein Problem. Man sieht, der schießt, wenn ich schieße. Und... Ja. Ist im Prinzip quasi so ein... Wo ist eigentlich mein komisches... Berserker-Baby hin? Warum habe ich da nur noch so ein komisches Viech? Och nö, oder? Kann ich den vielleicht irgendwie treffen, ohne dass er mich trifft? Nein. Sieht schlecht aus. Ja, so geht's zumindest. Was ich auch machen könnte. Ich zeig das jetzt einfach mal. Ich hab ja genug Schlüssel. Zack. Und jetzt ist der halt nämlich auf die Stachel gegangen. Weil der armt ja meine Bewegung auch nach. Oh, das war knapp. Also einen laufenden Prödel rumhängen. Die wurden, glaube ich, aber... Ich weiß nicht, ob ich vereinfacht sagen will. Die haben früher, glaube ich, nur zwei Kugeln geschossen. Die waren größer und langsamer oder so. Die sind jetzt irgendwie anders, die Gegner hier. Also diese hier, die da rauskommen gerade. So. Haben wir das. Gucken wir mal hier rein. Was ist denn das? Oh, der Virus. Ich habe einen Poison-Touch. Das Problem ist, für den Poison-Touch muss ich mich treffen lassen. Also, wenn ich jetzt vom Gegner getroffen werde, dann wird er vergiftet und kriegt Schaden über Zeit. Und das ist echt nicht zu wenig. Das Problem ist nur, wie gesagt, man muss getroffen werden. Und eigentlich will man das ja nicht unbedingt. Oh Gott. Hier kommt ein Bosse raus. Das ist ja schlimm. Ja, ja toll. Aber da sieht man mal wenigstens den Poison-Touch. Also, gut. Der Schaden war jetzt dann doch irgendwie nicht so toll. Das habe ich irgendwie besser in der Runde gehabt. Aber hey. Es ist halt Schaden, falls man getroffen wird. Und ich habe ja ganz viel Leben. Sprich, es könnte sehr gut passieren, dass ich getroffen werde. Zweimal Monstro, na super. Aber ich kann auch hier das Dings einmal benutzen. Das ist gut, weil ich kriege ja sowieso, wenn ich jetzt sterbe, bekomme ich ja sowieso ein normales Herz wieder quasi. Also, ich kriege ja wieder ein permanentes Herz, wenn ich sterbe mit der Katze. Das heißt, wenn ich jetzt mein letztes Herz habe, kann ich auch ruhig zu einem Dingsherz machen. Das ist ja nicht schlimm. Ich weiß auch gar nicht. Es kann sehr gut sein, dass jedes Mal, wenn man stirbt, man auch wieder auf nur noch einen Herz-Kontinent zurückfällt. Das weiß ich gar nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Ist ja auch wurscht, dass es, glaube ich, so immer noch besser. Lass mich auch schon wieder ganz fies hier treffen. Mann, 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 Mann. Ach nee, das kann ich gar nicht mitnehmen. Gut, dann geht es mal weiter. Hier könnte ein Geheimraum sein. Tatsächlich. Und da ist leider nur Geld drin. Geld bringt mir hier nichts mehr. Also zumindest nicht wirklich, weil es gibt keine Shops mehr. Ab dieser Ebene. Das ist dann natürlich blöd. Jetzt habe ich 84 Münzen und nichts davon. Deswegen habe ich mich... Oh, das sind neue Gegner, glaube ich. Deswegen habe ich mich eben auch so geärgert. Ach, guck mal, die gehören zusammen, wa? Deswegen habe ich mich eben auch so geärgert, dass in dem anderen Dings dann Greed Note drin war. Weil da habe ich natürlich dann gar nichts von. Ich habe den letzten Shop, den es gab, quasi in diesem Run, nicht nutzen können. Das ist ein bisschen scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung, sowas sagt man natürlich nicht. Was haben wir da? Der Chariot. Ich weiß gar nicht. Ach, doch. Ich weiß, was der Chariot macht. Und ich freue mich schon darauf, den zu benutzen, ehrlich gesagt. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Denn wir werden den auf jeden Fall benutzen. Der ist nämlich ziemlich gut. Wenn es der ist, der ich denke, der es ist. Aber der wird es sein. Was ist das denn für ein komisches Gehirn? Ganz ehrlich, dass das ein Großes ist von den Dingern, die wir da gerade töten. Also diese komischen Eckviecher da. Oh, da kommen tatsächlich auch welche raus. Das ist ja irgendwie sehr ungefährlich hier. Da gibt es noch ein blaues Herz für. Dankeschön. Das nehme ich doch dankend an. Herrlich. Ich sehe gerade, dass wir schon... Hilfe, ich habe ein bisschen Angst gerade. Hilfe. Ich sehe gerade, dass wir schon... eine gute Stunde hier aufnehmen. Gut, da ist noch mein Soundtest am Anfang mit bei. Also das ist noch nicht ganz eine Stunde. Aber das ist ein ganz schön lacker Run hier. Meine Güte. Die sind auch... Mag ich auch irgendwie nicht so richtig. Die sind... Ah, ja, genau. Toll. Sehr gut. Direkt wieder das Herz, was ich eben gekriegt habe, vom Ballern. Die werden... Das sind jetzt ganz große Blubbles. Die werden nochmal zu etwas kleinerem Blubbles. Und ich sehe gerade, dass ich zwischen Steinen fest hänge. So, jetzt sind sie aber sehr ungefährlich geworden. Komm, jetzt gib mir noch ein schönes Item hier. Bitte. Nein, Bomben. Na toll. Äh. 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 Super glatte Nude. Oder Herz. Eigentlich sind die ja nicht schlimm. Die glatte Nude-Typen. Die sind hier dann natürlich noch ein bisschen nerviger. Das Problem ist, wenn hier viele sind oder die Räume sehr verwinkelt sind, dann kann das echt mies sein mit den Viechern. Aber wenn man so normale Räume hat wie hier... Autsch. Wie hier jetzt gerade, dann ist das natürlich nicht so schlimm. Ich kann mal ganz kurz versuchen. Ach. Ich muss ein bisschen aufmachen. Ich sehe jetzt direkt wieder hin. Wie? Hallo? Macht der Schaden, wenn ich ihn berühre? Das war mir aber neu. Das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich scheiße. Dann machen wir es halt doch auf die herkömmliche Art und Weise. Also herkömmliche in Anführungsstrichen. Ich glaube, die herkömmliche Art und Weise wäre die, die ich benutzt habe. Ach. Komm. Ich gehe mal hier unten rein. Ach. Scheiße. Das macht der jetzt auch nicht zwei Herzen. Und da sind Spinnen drin. Wollt ihr mich verarschen? Wie kann man denn so wenig Glück haben? Na super. Zwei Herzen verloren, um gegen zwei Spinnen kämpfen zu dürfen. Dankeschön. Oh Mann. Das ist eigentlich nicht jetzt nochmal... Ne. Ich kann die Porn nicht nochmal benutzen. Schade eigentlich. Wäre sehr lustig gewesen. Na gut.